Plank Toe Taps. Wir gehen in den Plank und aus der Position arbeiten wir alternierend diagonal mit der Hand immer wieder zum Fußgelenk oder zur Fußspitze. Achten dabei darauf, dass wir nicht zu weit hochkommen mit dem Popo, sondern hier möglichst in der sauberen Plank Position bleiben. Das sind die Plank Toe Taps.